Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Mit einem elektrischen, höhenverstellbaren Schreibtisch beugst du aktiv Rückenproblemen vor. Deshalb lohnt sich die Investition in ein solches Büromöbel immer dann, wenn du beruflich oder privat oft am Schreibtisch arbeitest. Ebenso solltest du den Schreibtisch deines Kindes gegen eine höhenverstellbare Variante tauschen. Jugendliche verbringen viel Zeit mit Lernen oder Computerspielen und nehmen oft eine falsche Körperhaltung dabei ein. Insgesamt habe ich 5 höhenverstellbare Schreibtische hier miteinander im direkten Vergleich. Welche am besten zu dir passt, erfährst du jetzt. Als nächstes möchte ich euch gerne den höhenverstellbaren Schreibtisch von Songmix präsentieren. Dieser Tisch ist zwischen 73 und 114 cm höhenverstellbar und somit geeignet für Menschen mit einer Größe von 1,1 bis 1,95 m. Die Einstellgeschwindigkeit beträgt 25 mm pro Sekunde und arbeitet nahezu geräuschlos. Die Doppelstützstange verleiht diesem höhenverstellbaren Tisch eine hohe Stabilität und Belastbarkeit, sodass kein Wackeln entsteht. Dank des Stahlgestells ist dieser Schreibtisch bis zu 100 kg belastbar. Das elektrische Tischgestell ist in der Länge zwischen 115 und 147 cm verstellbar, was eine flexible Anpassung an eine größere Tischplatte ermöglicht. Die 140 x 70 cm große Tischoberfläche besteht aus nahtloser Holzspanplatte und ist schrapazierfähig und leicht zu reinigen. Mein Fazit? Dieser Tisch ist nicht nur in seiner Höhe verstellbar, sondern auch in der Breite der Tischplatte verstellbar. Somit kannst du deinen Tisch komplett an dich und deine Bedürfnisse anpassen. Ich persönlich finde das super. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.